Seekräuter Moin Moin ihr Seekräuter, willkommen zurück hier zur Flaschenpost und zwar zu einer besonderen, mal wieder alle technischen Details der französischen Zerstörer. Wir haben es für euch aufbereitet, ich habe eine Excel-Tabelle angelegt, wo wir absolut alle Werte miteinander vergleichen, ihr werdet hier durch farbliche Sachen hervorgehoben sehen, welche Sachen sich verändern, also Pink oder Magenta zum Positiven, Rot zum Negativen. Natürlich ist es ein bisschen schwer ins Verhältnis zu setzen, von daher ist es eben so, dass wenn die Reichweite geringer wird, ist es negativ, aber dadurch wird die Streuung natürlich geringer, die Streuung ist, dass die Streuung geringer wird, ist eben positiv und ich möchte es einfach so verstanden haben, dass ich hier immer die Werte direkt im Wertverhältnis zueinander vergleiche und das jetzt nicht noch querrechnen mit x-tausend Formeln, es soll einfach nur so einen schnellen Überblick bringen und ich werde euch nachher die Excel-Tabelle auch zur Verfügung stellen, sodass ihr sie euch runterladen könnt, euch angucken könnt und ja, dann gegebenenfalls selber nochmal Vergleiche anstellen könnt eben. Ja, wir haben links die Fotos vom Schiff und rechts gibt es die Daten und oben steht natürlich Work in Progress, das bedeutet, dass diese Sachen sich hier, was ich euch zeige, alles noch komplett ändern kann. Es ist eben ein super Test, die fangen langsam damit an, diese Sachen jetzt zu testen. Ihr könnt mir vorstellen, dass diese Sachen irgendwann, wenn alles überhaupt mal fertig getestet ist, wie gesagt, das ist nur ein reines Gefühl, kein Wissen, gar nichts, irgendwann im August vielleicht uns hier auf dem Live-Server begrüßen könnte. Wenn denn jetzt alles normal läuft, dann werden die russischen Schlachtschiffe mit 08.3, 08.4, 08.5 dann eingeführt und mit 08.6 irgendwann sind wir dann, ja dann vielleicht mal bei den französischen Zerstörern. Also das hat noch eine ganze Ecke Zeit hier und das ist ein erstes Bild. So, jetzt aber nicht mehr viel mehr Zeit verlieren, sondern direkt anfangen. Bei dem T2 werde ich nicht so viel darauf eingehen, weil ihr da relativ schnell durchseht, auch bei T3, selbst bei T4, aber hier kann man dann schon ganz gut erkennen, in welche Richtung das mit den französischen DDs gehen soll. Also wir fangen oben an, 7600 Trefferpunkte soll hier unser T2 DD haben, 6mm Beplattung, 3 Geschütze, 100mm, 9,8km ist die Kampfreichweite, finde ich ganz beachtlich und dann hier, ja, Brandwahrscheinlichkeit 4%, ihr habt eine Nachleihzeit von 6 Sekunden, das ist so die Richtung, in die jetzt sich bei dem ganzen französischen Zerstörerbaum hinbewegt. Ihr seid, ihr habt relativ gutes Kaliber später, am Anfang ist es natürlich mit 100mm, ja so in dem Bereich, in dem wir da, wie die Ds da üblicherweise unterwegs sind. Wir haben zwei Torpedowerfer, A550mm, 12.200 Schaden ist ordentlich, das kann man schon sagen und ihr habt eine Reichweite von 6km, geht aber selber nur 5,9 auf, das heißt mit der Kapitänskillung, wenn ihr einen 10er Kapitän habt, auf Tarnungsmeister könnt ihr verdeckt Torpen und setzt schon auf T2. So, das ist wie gesagt ein Pfandschiff, das geht relativ zügig und dann läuft der schon beim nächsten Dampfer und das ist die Fusier oder Fusier, wie sie ausgesprochen wird, entschuldige ich, mein Französisch ist nicht so doll. Der Rumpf, der wird dann schon mal deutlich besser, gleich 3300 Punkte mehr hat der Rumpf, bleibt bei 6mm, hinter der sich die Maschinenräume sozusagen verstecken. Dann haben wir ein Turm mehr, auch 100mm, können dafür aber 300m weniger schießen. Die restlichen Werte sind soweit erstmal normal, durch die geringe Reichweite gibt es natürlich auch eine geringere Streuung, ich hatte es eben schon erwähnt, wie die miteinander zu tun haben. Torpedowerfer ist dann nicht 2x2, sondern 2x3, die restlichen Werte sind identisch, außer die Nachleidezeit, die sich hier dann wieder verändert, und zwar auf 90 Sekunden. Euer Schiffchen wird aber schneller und die restlichen Werte werden schlechter. Die Ruderstellzeit wird langsamer und ihr seht auf 6,7 Kilometer auf, minus 10%, seid da bei 6,1, 6,05 so ungefähr, also seid da auf jeden Fall sichtbar, sehr wahrscheinlich. Selbst wenn ihr dann noch eine Tarnung mit 3% draufpackt, seid da ganz knapp unter 6 Kilometer, das ist also kaum möglich, da richtig verdeckt zu torpen, wobei bei T3, da ist es eher sowieso noch ein bisschen Arcade-lastiger, von daher ist das vielleicht auch ganz okay, ne, lässt sich sicherlich mitleben. Am Anfang haben die die Ds alle, T2, T3, T4, T5, Schadensbegrenzungsteam und ein Motorboost, das besonders beim Motorboost ist, der hat 20% Geschwindigkeitsbonus, also ihr legt da ordentlich zu, das sind dann hier nochmal 7 Knoten obendrauf, seid da 41 Knoten schnell bei T3, das wird richtig fetzen, da durch die Wellen zu reiten, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Gut, dann kommen wir dann schon weiter zur Borasuk oder wie sie auch ausgesprochen wird, oder Borask, ja, die nochmal ein paar mehr Trefferpunkte aufzubieten hat, nämlich 800 mehr, das Stahlkleid wird ein bisschen dicker, nämlich 1 cm dick genau gesagt, Artillerie wird stärker, 130 mm ist das Kaliber dann jetzt und das ist dann schon deutlich in die Richtung, wie es denn dann sein soll, denn ihr werdet so bei 130 bis 140 mm wird euer Kaliber nachher angesiedelt sein, das ist so französisch, große Kaliber, langsamere Nachladezeit, kurz laufende Torpedos dafür aber sehr schnell, ihr werdet keinen Nebel haben, ihr werdet einen guten Motorboost haben und es wird sich eher so anfühlen wie ein ultraleichter Kreuzer, so ist das allgemeine Spielgefühl, was ihr hier für die Franzosen schon mal in euren Köpfen parat legen könnt. Wie gesagt, wir schießen dann eine ganze Ecke weiter, hier mit 11,8 km, der Alpha Damage HE und AP nimmt deutlich zu, die Brandwahrscheinlichkeit steigt auf 9%, Nachladezeit bleibt bei 6 Sekunden. Wir haben dann hier eine 180-Grad-Wende, die verdoppelt wird, also für die Türme, von 9 Sekunden auf 18 Sekunden, denn das ist das Manko. Ihr habt da zwar richtig Punch auf diesen 130 mm Kanonen, aber die Türme drehen eben langsam, das heißt Elite-Schütze ist dann wahrscheinlich ein Pflichtskill für die französische Marine, wenn es so bleibt. Ja, die Streuung erhöht sich natürlich, ihr könnt weiter schießen, also ist ganz normal, dass die Streuung höher wird. Ihr habt ein größeres Kaliber, mehr Luftwiderstand, wird ein bisschen langsamer von der Projektilgeschwindigkeit an der Mündung und die Torpedowerfer verändern sich gar nicht, außer die Torpedos, die verschossen werden. Die schwimmen nämlich weiter, sind schneller und machen mehr Schaden, nämlich 14.833. Sichtbarkeit erhöht sich ganz leicht um 100 Meter für die Torpedos und hier wird alles schlechter bei den Schiffseigenschaften, Geschwindigkeit, Wendekreisradius, Ruderstellzeit und eben auch die Oberflächenerkennbarkeit wie die Luft und so weiter, Erkennbarkeit, alles verändert sich da ins Negative, darum ist es rot markiert im Vergleich zum Schiff vorher. So, und weil wir jetzt bei T4 waren, kommen wir jetzt natürlich zur Jaguar, das ist der T5-Dampfer und der hat dann nochmal einen ordentlichen Punch dazu bekommen, also nicht einen Punch, sondern einen ordentlichen Polster dazu bekommen, nämlich an Trefferpunkten. 16.600 Trefferpunkte sollen es da sein, das Stahlkleid bleibt das gleiche und da kriegen wir noch eine Kanone mehr, das heißt, wir haben dann nämlich hier in der Mitte eine Kanone mehr, vorher hatten wir ja nur vier, da hatten wir vorne zwei, hinten zwei. Die restlichen Werte bleiben so weit, weitestgehend identisch, dadurch, dass wir 300 Meter weiter schießen, ist die Streuung zwei Meter größer und ja, hier Torpedowerfer bleiben identisch und so weiter, Schiffsgeschwindigkeit wird deutlich erhöht um drei Knoten und wie gesagt, immer noch den Motorbooster mit reinrechnen, der ist nämlich für 120 Sekunden aktiv und wenn ihr ein Modul habt, dann könnt ihr den ja sogar noch länger aktiv halten, also dann sogar auf drei Minuten hochpushen und dann seid ihr da wieder ordentlich in den Weltmeeren unterwegs mit über 40 Knoten auf jeden Fall, mit Sierra Mike-Set dann noch schneller, also das ist eine coole Nummer. Auch da muss man wieder sagen, die Oberflächenerkennbarkeit wird größer, 7,2 Kilometer, wir haben hier T5, jetzt bin ich mir gerade nicht ganz sicher, kann man, nee, ich glaube erst ab T6 kann man, glaube ich, da auch noch ein Tarnungsmodul nachher dazu bauen. Ne, noch, noch später, noch später, Entschuldigung. Ja, 7,2 Kilometer ist die Oberflächenerkennbarkeit, da kann man dann auf 6,5, 6,3 Kilometer runter, dann haben wir 9 Kilometer ist die Torpedoreichweite, so wie auch beim T4 Schiff, von daher, ja, in der Beziehung könnte er noch schön verdeckt torpen, das ist sicherlich noch ganz angenehm auf die 5. So, kommen wir zum T6 Schiff, muss hier mal eine Spalte weiter rutschen, zack, das ist dann hier der Rumpf mit 17.200 Punkten, da sind wir nochmal 600 Punkte mehr, das Stahlkleid wird noch dicker, 1,6 Zentimeter und jetzt haben wir dann die richtigen Kanonen drauf, die Franzosen dann eben auszeichnen, 139 Millimeter, ihr könnt schön weit schießen, 13 Kilometer weit, das ist schon richtig geil. Okay, hier habe ich mich nicht vertan, ich habe extra nochmal nachgeguckt, es ist tatsächlich so eingetragen mit 1.400, ob das wirklich so bleibt, mag ich mal, also in Frage stellen, zumindest mit so einem Fragezeichen versehen, kann durchaus sein, die verschreiben sich ja gerne mal, das hatten wir bei den britischen Zerstörern auch, dass sich da die Werte nachher nochmal korrigiert wurden, 1.400 ist jetzt hier erstmal festgesetzt, dafür steigt hier aber der AP-Schaden um 300 Punkte und die Nachladezeit wird verbessert auf 4,8 Sekunden und das ist die kürzeste Nachladezeit, die ihr als französischer Zerstörer überhaupt haben könnt, das heißt, alle anderen Ladezeiten oder Nachladezeiten sind nachher entweder gleich schnell mit 4,8 oder eben langsamer mit 6 oder 7 Sekunden. Die 180 Grad Wende wird aber noch anstrengender, das ist nämlich schon fast Schlagschiff-Niveau, wenn man das so sieht, oder zumindest für einen schweren Kreuzer, so für den einen oder anderen, da ist man dann schon bei 27,7 Sekunden, wow, also da fährt dir jeder DD davon, wenn du dir irgendwie, oder nimmt dich raus, bis du die Türme in die richtige Richtung gedreht hast, das kann richtig anstrengend werden, mit Elite-Schütze kommt man dann auch nicht unter 20 Sekunden, sondern irgendwie so bei um die 20 Sekunden werdet ihr dann landen. Die Streuung steigt natürlich durch die Reichweite und, ja, HE- und AP-Geschwindigkeit ist identisch, 700 Meter die Sekunde und wird ein Ticken langsamer. Der Torpedowerfer verändert sich überhaupt nicht und, ja, die Geschwindigkeit nicht, der Wendekreisradius wird 20 Meter größer, Bruderstellzeit wird schlechter, Sichtbarkeit wird schlechter, also ihr seht, das wird immer anstrengender nachher, da mit den Idee weiterzukommen, weil ihr habt hier quasi eine kontinuierliche Verschlechterung der Sichtbarkeiten, also immer anstrengender im Vergleich zum jeweiligen Vorschiff. So, aber ihr bekommt einen großen Vorteil, den hätte ich euch jetzt fast unterschlagen, den Hauptbatterie-Nachladebooster. Ihr kriegt geile Kanonen, ihr habt 4,8 Sekunden standardmäßige Nachladezeit und könnt diese Sachen nochmal um 50% reduzieren, seid dann also bei 2,4 Sekunden und das ist dann für 15 Sekunden aktiv, da könnt ihr richtig rausrotzen und im Gun-Duell, wenn ihr die Kanonen an der richtigen Seite habt, könnt ihr da auch richtig schön Schaden mitmachen, da könnt ihr euch sicher sein, auch wenn hier die HE, der HE-Schaden erstmal ein bisschen reduziert ist, ich glaube, das wird richtig spaßig. Und dann habt ihr noch einen verbesserten Motorboost bekommen, vorher waren es 120 Sekunden, dann bekommt ihr 180 Sekunden, also schon 3 Minuten von Hause aus, wie gesagt, mit dem Verbesserer des Motorboosts, der steigert sich das nochmal um, ich glaube, 50%, also seid ihr schon bei 4,5 Minuten nachher, wo ihr mit Motorboost unterwegs sein könnt. Ihr habt 36 Knoten standardmäßig, wie gesagt, da seid ihr schon über 40 mit Sierra, Mike seid ihr da wahrscheinlich bei 43 Knoten und das ist dann schon ganz cool auf T6. Nächster Dampfer ist dann die Vaklin oder wie auch immer sie da ausgesprochen wird, Versuch macht klug und da haben wir was Besonderes, der Rumpf wird schlechter, der Rumpf wird schlechter, 300 Punkte schlechter, ich gehe davon aus, dass diese Werte, die ich euch hier präsentiere, immer schon die maximalen Ausbauwerte sind, also das ist eigentlich so üblich, sage ich jetzt mal, dass sie immer die B-Rümpfe präsentieren. Wir haben dann hier, die Artillerie verändert sich überhaupt nicht bei dem T7 Schiff, ihr seht, das sind absolut die identischen Werte, aber es kommt der verbesserte Torpedowerfer zum Einsatz. Ihr habt dann nicht mehr 2x3,550 Millimeter, sondern ihr habt 3x3,550 Millimeter. Davon ist einer rechts, einer links an Bord und einer in der Mitte, also der kann breitseitig abgeworfen werden, die einen dann nur nach rechts und die anderen nur nach links. Ihr Schaden wird deutlich verbessert, nämlich mit 18.400 Alpha Damage Punkten sind sie schon der Hammer. 8 Kilometer schwimmen sie aber dafür nur noch weit, das heißt 1 Kilometer kürzer als vorher und die sind langsamer unterwegs. Die Nachleihzeit an sich verändert sich nicht, aber die Torpedo-Erkennbarkeit wird besser, das heißt ihr habt eine höhere Chance zu treffen, weil die Schiffe, wenn sie nicht Hydro haben, eben nicht so leicht ausweichen können. Schiffsgeschwindigkeit 36 Knoten und hier haben wir sogar eine leichte Verbesserung, die ich euch sozusagen eigentlich unterschlagen habe, wenn man dazu sagen möchte. Ja, hier kriegen wir nämlich 670 Meter hin und hier haben wir sogar bei der Ruderstellzeit eine Zehntelsekunde gespart und 100 Meter Oberflächenerkennbarkeit haben wir hier auch noch, die hier besser ist. Alles andere wird, wobei hier haben wir dann auch nochmal was mit der Erkennbarkeit im Nebel, das bastle ich hier gleich nochmal mit rauf, das habe ich anscheinend übersehen, das tut mir leid, aber wir sind ja alle Menschen. Also geht dann gleich weiter. Beim Schadensbegrenzungsteam Hauptbatterie, Nachleihabuster, Motorboost verändert sich gar nichts mehr und ja, deswegen können wir jetzt gleich mal angucken, wie es dann weitergeht und wir sind dann beim T8 Dampfer Lefantastik oder Lefantask, so wird es glaube ich ausgesprochen. Die hat dann wieder eine deutliche Verbesserung, ich glaube, dass das eins der coolsten Schiffe sein kann. Die Le Terrible ist ja auch schon kein schlechter Dampfer, da kann man sich da schon mal so einen Vorgeschmack holen, wie dann die Lefantask sein wird. 18.500 Trefferpunkte, 19 Millimeter Stahlkleid und wir haben wieder fünf Türme, zwei vorne, zwei hinten, einen in der Mitte. 2.000 ist dann der Alpha Damage, der wird dann also wieder deutlich aufgebohrt. 10% die Brandwahrscheinlichkeit und 2.700 der Alpha Damage für AP-Granate. Die Nachleidzeit wird leicht erhöht auf fünf Sekunden, was ich aber noch erträglich finde, gerade in Anbetracht dessen, dass man eben wieder den Nachleidebooster hat, der dann auf zweieinhalb Sekunden wieder runter reduziert und euch dann gegenüber den anderen Schiffen schon einen ordentlichen Vorteil gibt, vor allen Dingen, weil ihr ja auch einen viel höheren Alpha Damage Wert habt, als manche andere Schiffe auf dieser Dierstufe. 840 Meter die Sekunde, das heißt ein sehr direkter Schuss wird die Lefantask dann hier haben und bei den Torpedowerfern gibt es kaum eine Veränderung, außer bei zwei Werten. Nämlich, der Torpedowerfer wird Torpedos abfeuern, die euch noch überholen, nämlich 75 Knoten. Ihr habt schon einen sehr schnellen DD mit 43 Knoten von Hause aus. Dann gibt es ja, wie gesagt, 20% Motorboost, das heißt, da sind wir nochmal bei 8,6 Knoten mehr, dann sind wir schon bei über 50 Knoten angekommen. Dann gibt es noch eine Sierra Mike, also da seid ihr dann richtig spaßig dabei. Und ja, 75 Knoten sind die Torpedos schnell. So langsam wie bei der T7 DD, wie beim T7 DD dürfen die gar nicht sein, weil da gibt es das Risiko, dass ihr euch in eure eigenen Torpedos reinfahrt. Also das ist so ein bisschen der funny Moment dabei. Torpedowerkennbarkeit wird natürlich auch erhöht, damit der Gegner vielleicht irgendeine Chance hat, im entferntesten Sinne vielleicht eine Chance hat, den Torpedos irgendwie mal ein bisschen ausweichen zu können, um den Schaden zu minimieren. Weil die haben schon ordentlichen Schaden mit 18.000 und dann sind sie so schnell und gehen erst bei 1,4 Kilometer auf. Ich glaube, mal ganz ehrlich, also das ist kaum noch auszuweichen im Moment. Ob das so bleibt, mache ich jetzt mal bezweifeln. Wir sehen nicht genau, ob sie dadurch doch dann lieber auf 70 Knoten runtergehen. Weiß ich nicht. Müssen wir mal schauen. Mal sehen, was der Test so zeigt. Wendekreisradius wird natürlich, wie bei allen Schiffen, eigentlich immer durchweg schlechter fast. Der T7 hier ist eine Ausnahme. Bruderstellzeit 4,3 Sekunden. 8,2 Kilometer Erkennbarkeit ist dann richtig heftig. Aber ab hier an könnt ihr dann auch das Tarnmodul mit einbauen. Das heißt, ihr könnt hier zweimal, also einmal 820 Meter und dann könnt ihr euch nachher, was sind wir denn bei 820, ja 7,5, 7,4. Dann könnt ihr nochmal 740 Meter abziehen und dann sind wir auf jeden Fall wieder in einem gesicherten Bereich, wo auch unterhalb der Reichweite der Torpedos seid. Das heißt, ihr könnt verdeckt torben. Auch mit dem T8-Schiff ist es dann wohl möglich. Lufterkennbarkeit 4,1 geht hier zu Buche. So, und dann kommen wir zum T9-Schiff, die Mogador, so heißt sie. Ich muss da immer nochmal doppelt hingucken bei den ganzen französischen Namen. Auch da erfahren wir eine deutliche Steigerung. 1700 Trefferpunkte mehr im Rumpf, 19 Millimeter. Das ist dann auch der Rumpf, der bis zum Ende bestehen bleibt von der Dicke her. Das ist ja typische Rumpfdicke bei den Zerstörern allgemein im Spiel. Und hier gibt es dann eine Veränderung. Wir haben dann nicht mehr Einzelrohrtürme, sondern Doppelrohrtürme. Wir haben hier 5x1 bei der Lefantask und bei der Mogador sind es dann 4 Türme A2-Rohre. Also ihr habt 8 Rohre mit 139 Millimeter. Hier könnt ihr sehen, 2 vorne, 2 hinten. Und die schießen dann 13 Kilometer weit sogar. Ja, das muss natürlich irgendwie so ein bisschen Einhalt geboten werden, indem hier nochmal die Nachladezeit verändert wird. Nämlich auf 7 Sekunden hoch. Und mit dem Hauptbewaffnungs-Nachladebooster könnt ihr dann auf 3,5 Sekunden runterkommen. 113 Meter ist die horizontale maximale Streuung und der Rest bleibt wieder unverändert. Der Sigma-Wert ist bei allen französischen DTs hier mit 2,0 angegeben. Also verhältnismäßig genau. Dann haben wir Torpedowerfer und das ist wieder was Besonderes, eine interessante Anordnung. Wir haben 4 Torpedowerfer, 2 Steuerbord, 2 Backbord, besteht aus jeweils 3 Rohren, 550 Kilometer. Und da sind dann wieder die schlechteren Torpedos drin, nämlich die von der T6-Stufe. Also T7, T8 ist da noch nicht verbaut in diesen Werfern. Die kommen dafür aber 9 Kilometer, sind dafür aber eine ganze Ecke langsamer mit 60 Knoten. Nachladezeit wird dafür reduziert auf 60 Sekunden. Und die Erkennbarkeit des Torpedos wird verbessert, also auf 1,3 Kilometer, nicht mehr 1,4. Schiffsgeschwindigkeit nimmt zu, Wendekreisradius nimmt deutlich zu. Also 40 Meter nochmal mehr, jetzt sind wir schon bei 730 Meter. Wow, die Nelson hat, gut das ist ein T7-Schiff, hat so einen ähnlichen Wendekreisradius. Das ist ein Schlachtschiff, hier seid ihr aber ein Zerstörer. Naja, also nur mal so zum Vergleich. Der hinkt ein bisschen gebig zu, aber das kam mir gerade in Sinn. Die Oberflächenerkennbarkeit verbessert sich und die Lufterkennbarkeit auch 8,1 Kilometer. Wie gesagt, Tarnungsmeister, der Tarnmodul und eben die Tarnung auf dem Schiff ist möglich. Das heißt, ihr kommt da auf jeden Fall deutlich unter 7 Kilometer von der Erkennbarkeit. So, dann seid ihr hier mit 9 Kilometer Torbreichweite, seid ihr wieder safe mit Torpen. Das hatten sie auch gesagt, dass Vergeck-Torpen möglich sein soll mit den französischen Zerstörern. Kann man sie ja kaum noch nennen, die sind ja wirklich schon so groß und von der Länge oder beziehungsweise auch hier vom Wendekreis und so weiter. Da kann man ja schon echt sagen, das sind ja ultraleichte Kreuzer. So wurde das ja auch im Stream damals bezeichnet. Und zu guter Letzt kommen wir dann zum P10-Zerstörer, die Cleber. Ich glaube, das ist das einzige Wort, das ich vernünftig französisch aussprechen kann. 21.900 Trefferpunkte gibt es auf dem Rumpf. Auch da sind die gleichen Geschütze drauf wie bei der Mogador. Und ja, ihr könnt noch mal weiter schießen, nämlich 600 Meter weiter. Die Streuung nimmt noch mal zu, aber nur um 4 Meter. Also verkraftbar würde ich sagen. Die restlichen Werte hier bleiben auch bei 7 Sekunden Nachleihzeit. 18 Sekunden ist die Turmdrehzeit bei um 180 Grad. Das heißt, mit Elite-Schütze kommt ihr dann bei wahrscheinlich 15, 14 Sekunden raus. Das ist, denke ich mal, verkraftbar als ultraleichter Kreuzer. Ja, und wir werden auch wieder 4 Torpedowerfer mit jeweils 3 Rohren haben. Der Schaden erhöht sich deutlich wieder auf den Schaden, den man schon auf der Lefantask hat. Und die Reichweite nimmt ab. Aber ihr habt 75 Knoten schnelle Torpedos Stand heute. Nachleihzeit ist dann nicht mehr 60, sondern 77 Sekunden. Die Torps sind natürlich wieder so weit sichtbar wieder im T8-Bereich. Und ja, der Wendekreisradius, die Ruderstellzeit erhöhen sich dann hier. Aber 4,8, okay. Dann baut man das Ruderstellzeitmodul möglicherweise mit ein. Und schon hat man da 20 Prozent gewonnen. Also von daher ist dann auch unter 4 Sekunden die Ruderstellzeit eben möglich. So, Oberflächenerkennbarkeit mit 8 Kilometer angegeben. Auch da kommen wir dann unter die 7 Kilometer ohne größere Probleme. Und können dann natürlich auch verdeckt vor. Schadenbegrenzungsteam, Hauptbatterie, Nachladebooster und Motorboost ist auch hier aktiv. Und werden dann auch nicht weiter verbessert. Man hat quasi hier einmal bei T6 sozusagen dieses Upgrade. Auf T6 gibt es dann dieses Verbrauchsmaterial für Slot 1, 2 und 3. Und das bleibt eigentlich die ganze Zeit dann konstant. Bei T6 findet einmal so ein Umbruch statt, kann man meinen. Und auch hier haben wir bei T8 bzw. bei T6 hier diesen Umbruch auf die 139 Millimeter. Die dann nachher standardmäßig bei den französischen DGs bis hoch auf T10 erhalten bleiben. Später wird es bei T9 dann doppelläufig. Also, da haben wir das dann auch. Und wir haben dann dieses Merkmal, dass wir auf beiden Seiten jeweils zwei Torpedowerfer A3 Rohre haben. Das muss man sich dann auch mal als Gegner so parat legen, dass das Ding relativ viele Torpedos an Bord hat. Ja, auch wenn sie nur relativ kurz laufen. Aber gerade der T10 nachher wird echt einen bleibenden Eindruck auf euren Schiffen hinterlassen mit 18.400 Schaden. Das ist nur, wenn ich mich recht entsinne, 3000 Punkte unter den Maximalschaden oder 4000 Trefferpunkte unter den Maximalschaden, den die Japaner machen. Also, von daher, ja, kann man mal so stehen lassen. Ich hoffe, ich konnte euch jetzt hier mit den technischen Daten begeistern. Und dann, dass ihr euch freut auf die französischen DGs, ist sicherlich nicht jedermanns Fahrstil, gebe ich ja zu. Gerade ohne Nebelwerfer muss man sich sicher dran gewöhnen. Aber ich hatte auch meine Zeit benötigt auf der Le Terrible. Aber inzwischen liebe ich dieses Schiff. Ich mag sehr gerne fahren. Also, von daher, ist das vielleicht dann auch für den einen oder anderen, der sich dann überwindet, das mal auszuprobieren, doch genau das Richtige. Und ihr werdet vielleicht auch euren Spaß daran empfinden. Also, wenn ihr noch Fragen habt, dann gerne runter in die Kommentare unter dem Video. Schreibt mir einfach, was ihr davon haltet. Lasst uns ein bisschen über die französischen Ultraleichten Kreuzer hier philosophieren. Hofft ihr, dass sie noch genervt werden, gebufft werden. Was sollte besser sein, was sollte schlechter sein? Einfach rein mit euren Gedanken. Würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Und ja, dann hoffe ich einfach, dass das Video euch gefallen hat. Dass es nützlich für euch war, informativ. Ihr findet, wie gesagt, die Excel-Tabelle auch noch als Link gleich in der Beschreibung des Videos unten. Da könnt ihr euch das nochmal ganz in Ruhe angucken. Und ja, dann sage ich einfach vielen herzlichen Dank für eure Zeit. Und wir sehen uns hier auf dem Siekrautskanal im nächsten Video. Oder im nächsten Livestream. Haut rein, macht's gut. Euer Siekrauts-Team, euer Mark Haran. Ciao, ciao.